Ich habe früher gespielt, das war die Geldzeit meines Lebens. Mit ein paar anderen Teamkollegen und auch sehr viele Tore geschossen habe. Das war halt hart erarbeitet und das war einfach geil. Mein Ziel war es auch in ein Nachwuchsleistungszentrum zu kommen und das habe ich dann auch geschafft. Ich glaube mein Trainer verlangt noch mehr, weil andere auch da sind und andere auch ihre Leistung bringen. Und an diese Leistung muss ich rankommen um Tore zu schießen. Ich weiß was ich kann und ich weiß, dass ich auch Tore schießen kann. Es gibt immer Kraft.